Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Headman Software. Hier erfahren Sie, wie Sie Dateien von iPhone auf einem Mac-Computer übertragen. Freunde, wenn Sie geloschte Daten wiederherstellen oder einen geloschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Headman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, vor der Installation des Systems, über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Das Übertragen von Daten zwischen Geräten kann in vielen Situationen notwendig sein, seien es, um wichtige Dateien zu sichern, Fotos oder Videos zu verschieben oder einfach, um Speicherplatz auf Ihrem Gerät freizugeben. Wir werfen einen Blick auf einige Methoden zur Dateiübertragung, damit Sie die für die bequemste und effiziente auswählen können. Zunächst müssen Sie Ihr iPhone für die Übertragung von Dateien auf Ihrem Mac-Computer vorbereiten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus. Vergewissen Sie sich zunächst, dass Ihr iPhone und Ihr Computer mit demselben iFinal-Netzwerk verbunden sind. Dies ist für die drahtlose Datenübertragung entforderlich. Schließen Sie Ihr iPhone an und Ladegerät an oder vergewissen Sie sich, dass es ausreichend aufgeladen ist, um die Datenübertragung durchzuführen. Überprüfen Sie, ob Sie das neueste Betriebssystem-Update auf Ihrem Handy installiert haben. Gehen Sie dazu in die Einstellungen, wählen Sie Allgemein, Software-Aktualisierung und installieren Sie alle verfügbaren Updates. Überprüfen Sie als nächstes, ob iPDroid auf Ihrem iPhone aktiviert ist. So können Sie ganz einfach Dateien zwischen Ihrem iPhone und Ihrem Mac über WLAN übertragen. Öffnen Sie dazu ein Stellungen, Basis, iDrop, wählen Sie hier den Modus, Alle oder nur Kontakte. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, ist Ihr iPhone bereit, Dateien auf Ihrem Mac-Computer zu übertragen. Nachdem wir nun das Handy vorbereitet haben, wollen wir uns nun einige Möglichkeiten zur Datenübertragung ansehen. Die erste Möglichkeit ist die Übertragung von Dateien von iPhone auf dem Mac über ein Linienkabel. Verbinden Sie dazu Ihr iPhone über ein Kabel mit Ihrem Computer. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kabels fest mit dem Gerät verbunden sind. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte das iPhone automatisch die Fotos-App auf Ihrem Mac öffnen und mit dem Importierten von Fotos und Videos von Ihrem Gerät beginnen. Wenn die Fotos-App nicht automatisch geöffnet wird, können Sie dies auch manuell tun. Starten Sie die App Fotos, die Sie über das Launchpad oder das Schnellstartmenü auf dem Startbildschirm finden. Im Abschnitt Geräte sehen Sie Ihr iPhone. Wählen Sie es aus. Nachdem Sie ein Gerät ausgewählt haben, wird eine Liste aller Fotos und Videos angezeigt, die für den Import zur Verfügung stehen. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche Alle importieren, um alle Inhalte zu laden. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden die Dateien im Ordnung Imports abgelegt. Wenn Sie nicht nur Fotos und Videos, sondern auch andere Dateien übertragen möchten, können Sie das Programm Image Capture auf Ihrem Mac verwenden. Dies ist eine Standardwendung, mit der Sie Dateien von abgeschlossenen Geräten importieren können. Öffnen Sie das Programm Image Capture auf Ihrem Mac. Suchen Sie in der Liste der Geräte auf der linken Seite Ihr iPhone und wählen Sie es aus. Sobald Sie Ihr iPhone ausgewählt haben, wird eine Liste mit allen Dateien und Ordnern auf Ihrem Gerät angezeigt. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie auf Ihrem Computer laden möchten und klicken Sie auf Laden oder Alle laden, um alle Dateien zu laden. Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie die Dateien angezeigen und bearbeiten. Ein weiteres Dienstprogramm, das diese Bearbeitung unterstützt, ist Preview. Sie findet es über die Sportlist-Suche oder in der Liste der Programme im Finder. Datei importieren von Max, von Import, von Max iPhone. Daraufhin öffnet sich ein Imports-Fenster, in dem Sie alle Fotos und Videos sehen, die auf Ihrem iPhone gespeichert sind. Hier können Sie einzelne Fotos zum Importieren auswählen oder alle Fotos importieren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Allerdings müssen Sie den Ordner angeben, in dem Sie importiert werden sollen und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Auf diese Weise können Sie einfach und bequem Fotos und Videos von Ihrem iPhone auf Ihrem Mac importieren, indem Sie Vorschau, Image, Capture oder die Fotos-App über das LinkedIn-Kabel verwenden. Die nächste Möglichkeit, Dateien von iPhone auf den Mac zu übertragen, ist über iDrop. iDrop ist eine praktische Funktion im Mac OS-Betri-System, mit der Sie Dateien zwischen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und Mac übertragen können, um der Kabel- oder Cloud-Dienste zu verwenden. Um die Übertragung zu starten, stellen Sie sicher, dass Bluetooth und WLAN sowohl auf Ihrem iPhone als auch auf Ihrem Mac aktiviert sind. Wenn die Daten über WLAN übertragen werden sollen, müssen Sie Ihr Handy auf Ihrem Computer mit dem Sammel-Netzwerk verbinden. Wenn Sie sich nach Beginn der iDrop-Übertragung aus der Bluetooth- oder WLAN-Reichtweite entfernen, wird die Übertragung über die Internetverbindung vorgesetzt. Stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger an den Sie Inhalte senden in der Nähe und in Bluetooth-Reichtweite befindet. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Datei, die Sie über iDrop senden möchten. Tippen Sie auf das Symbol Teilen, normalerweise ein quadratisches Symbol mit einem Pfeil nach oben. Wählen Sie aus dem Menü Teilen die Option iDrop. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte Ihren Mac aus. Dann wird normalerweise unter seinen Namen oder Modell angezeigt. Ihr Mac-Computer wird ausgefordert, Dateien von Ihrem iPhone über iDrop anzunehmen. Klicken Sie auf Annehmen oder Speichern, um die Dateien anzunehmen. Nach Abschluss der Übertragung werden die Dateien auf Ihrem Mac in Ihrem Ordner, Downloads oder an dem von Ihnen angegebenen Ort gespeichert. Damit haben Sie erfolgreiche Dateien von Ihrem iPhone auf Ihrem Mac mit iDrop übertragen. Diese Methode ermöglicht es Ihnen, Dateien ohne Kabel zu übertragen, was den Vorgang bequemer und schneller macht. Mit dieser Methode können Sie große Dateien, wie zum Beispiel Videos, übertragen, da die Übertragungsgeschwindigkeit recht hoch ist. Eine weitere Möglichkeit, Dateien von iPhone auf dem Mac zu übertragen, ist die Verwendung von iCloud. Hierfür müssen Sie folgendes tun. Vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl auf Ihrem iPhone als auch auf Ihrem Mac einen iCloud-Account aktiviert haben. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone ein Stelligen und tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Ihren Namen. Stellen Sie im iCloud-Menü sicher, dass die Option iCloud-Drive aktiviert ist. Gehen Sie zu der Anwendung, in der sich die Dateien befinden, die Sie auf Ihrem Mac übertragen möchten, und speichern Sie die Dateien in iCloud-Drive. Öffnen Sie auf Ihrem Mac den Finder und gehen Sie zu iCloud-Drive in der Seitenleiste. Suchen Sie die Datei, die Sie von Ihrem iPhone geladen haben, und kopieren Sie sie in einem beliebigen Ordner auf Ihrem Mac. Damit haben Sie erfolgreich Dateien von iPhone auf dem Mac mit iCloud übertragen. Mit dieser Methode können Sie die Dateien zwischen Apple-Geräten synchronisieren und bequem von überall aus zugreifen. Sie können iCloud auch verwenden, um ein Backup Ihres iPhones zu erstellen. Gehen Sie zu Einstelligen, klicken Sie auf den Namen und dann auf iCloud. Klicken Sie auf Sicherung und aktivieren Sie iCloud-Sicherung. Dadurch kann iCloud bestimmte Daten automatisch sichern, wenn Ihr Handy geladen, gesperrt und mit WLAN verbunden ist. Tippen Sie auf der gleichen Sicherungsseite auf Sicherung erstellen. Wenn Sie Ihre iPhone-Daten sichern, werden nicht alle Daten mitgesichert. Wenn Sie Ihre Dateien jedoch manuell in Domebox hochladen, haben Sie die Kontrolle über alles, auch über heruntergeladene Musik, die nicht in iPhone-Daten-Sicherungen erhalten ist. Die letzte Methode zum Übertragen von Dateien von Ihrem iPhone auf Ihrem Mac, die wir uns ansehen werden, ist die Verwendung von Cloud-Servern von DIT-Anbietern. Rufen Sie den App-Storer auf Ihrem iPhone auf und suchen Sie nach einer App, mit der Sie Dateien auf Ihrem Mac übertragen können. Einige der beliebtesten Apps in dieser Kategorie sind Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive und andere. Installieren Sie die ausgewählte App auf Ihrem iPhone und verknüppeln Sie die bei Bedarf mit Ihrem Konto. Laden Sie die Dateien, die Sie auf Ihrem Mac übertragen möchten, in die App Ihrer Wahl hoch, zum Beispiel in Dropbox. Öffnen Sie auf Ihrem Mac einen Webbrowser und rufen Sie die Cloud-Server-Website auf oder verwenden Sie die Computer-Version der App. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und suchen Sie die Dateien, die Sie heruntergeladen haben. Laden Sie die Dateien mit den entsprechenden Download-Funktionen auf Ihrem Computer. Auf diese Weise können Sie Dateien mit Hilfe von Drittanbieter-App von iPhone auf den Mac übertragen. Diese Methode kann nützlich sein, wenn Sie keinen Zugang zu einem Kabel haben oder wenn Sie es vorziehen, Cloud-Dienste zur Übertragung von Dateien zu verwenden. Jetzt kennen Sie einige Möglichkeiten, um Dateien von Ihrem iPhone auf Ihrem Mac zu übertragen. Sie können ein LinkedIn-Kabel verwenden, ein Drop für die drahtlose Übertragung nutzen, Dateien in die iCloud-Lader oder App von Drittanbietern verwenden. Jede dieser Methode hat ihre eigenen Funktionen und Vorteile, also weil die, die für dich am bequemmsten ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Daten und halten Sie sich mit Software-Updates auf dem Laufenden, um Ihre Dateiübertragungen so effizient wie möglich zu gestalten. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Details wiederzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Heldmann Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen.